So, jetzt müsstest du da... Das war ja gerade ein Stress. Das war ja gerade ein Stress. Das muss ich euch erzählen. Das war ja gerade ein Stress. Hilfe, war das gerade ein Stress. Ich habe in OBS bis gerade eben gar nichts gesehen. Einfach komplett nichts. Dann dachte ich schon, okay, jetzt funktioniert es. Und dann ging nicht mal das Mikro. So können Sachen auch schief gehen quasi. Sind wir live? Ich muss das mal ganz kurz checken, weil gerade eben sah es nicht so aus tatsächlich. Und wenn OBS Probleme macht, dann weiß man ja nie... Huch, dieses Mikro wird mir heute noch komplett irgendwo hinputzeln. Ich weiß das. Wir sind live. Wir sind live? Sind wir live? Ja, wir sind live. Perfekt. Das ist gut. Und dieses Mikro macht mir heute echt Sorgen. Das wird noch runterputzeln und wird überall hinfallen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Okay. Da muss nur ein Angriff von der Susi kommen. Und schon geht es hier los. Also. Erstmal das hier noch einstellen. Okay, da sind wir schon drin. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir fangen gleich an. Wo ist denn hier das Spiel jetzt? Moment. Hier. Hier haben wir das Spiel. Das ist gut. Ich habe ja am Wochenende zum ersten Mal ein anderes Spiel gespielt. Deshalb muss ich gerade ganz mal schauen, ob das alles noch so eingestellt ist, sozusagen. Also mein Mikro tut das perfekt. Der Stream läuft. Das ist auch sehr gut. Das ist schon mal das Schönste von allem. Wenn erst mal die Sachen stehen. Gut. Dann. Jetzt brauchen wir nur noch das Spiel. Wo bist du denn? Wir können eigentlich schon mal. Können wir hier schon mal rüber wechseln? So. Jetzt müsste eigentlich gleich was auftauchen. Ja. Perfekt. Ha. Das ist perfekt. Das ist sehr schön. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich sehr, wenn was funktioniert hier. Ich weiß nur eins. Letzte Woche habe ich einfach so. Was? Kostkodierung überlastet. Na gut. Ich hoffe, dass wir das, dass ich das einfach so fix. Letzte Woche, ne? habe ich, ähm, einfach so uns im Hunger, äh, den Stream quasi, ja. Habe ich gesagt, na gut, nächste Woche, Anna. Äh, viel Spaß damit. Ja. Ähm, jetzt mal schauen, was wir davon haben tatsächlich. Wie gesagt, ich war einfach ewig nicht mehr hier in diesem Spiel. Am Dienstag denke ich immer, wow, es fühlt sich an wie ein Monat weg gewesen. Oh, das hatte ich vergessen. Oh, das hatte ich vergessen. Oh, dieses Kunstwerk hatte ich ja auch vergessen. Und wir verhungern. Ich darf jetzt nicht so viel, äh, reden quasi. Weil, huch, weil wir verhungern halt wirklich. Das ist echt kein Spaß. Und es, das Problem ist, ich möchte eigentlich, was haben wir denn alles dabei? Oh, doch, wir haben was zum Essen dabei. Ich weiß gerade gar nicht, wie wir das, wie haben wir das denn? Woher haben wir das denn? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß es nicht, woher wir das haben. Wo ist denn der Ofen? Hä? Haben wir das, das letzte Mal? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, wir machen ganz schnell das und das. Oh, das ist gut. Ich dachte, wir verhungern. Wo habe ich denn, wo habe ich denn diese, diese Sachen her? Ich weiß es selber nicht. Hallo. Oh, ich sehe, du hast eine Art Luftschloss angefangen. Ähm, das, was du gerade am Anfang gesehen hast, also ich meine, das, wo wir hier drin sind, das ist die Base. Und das, was du vielleicht am Anfang gesehen hast, das war, ähm, eine Channel Points-Einlösung. Ist das Kunst oder kann das weg? Das sollte irgendwie so eine Art Helikopter darstellen. Ja, und das hier ist jetzt erstmal die Base, nach wie vor. Und das ist das Kunstwerk hier hinten, an der Heiligen Stätte. Ich wollte nichts hinbauen, aber nun ja. Ich möchte das auch mal kurz zeigen. Jetzt haben wir ja gerade was. Oh, ich kann das schnell essen, bevor ich wohnere. Oh, ist das wundervoll. So, ja, ne? Ich wollte eigentlich nichts hier hinbauen, aber wenn die wiederkommen, werden sie sich freuen. Und, oh, und Unglückwanns noch. Von Herzen. So, äh. Gut, dann würde ich mal sagen, ich will nochmal was essen, aber geht nicht. Ist in Ordnung. Ähm, wir möchten, oh, das ist sehr gefährlich hier oben. Kann ich denn wirklich jetzt mit den Sachen, die ich habe, unten mir wenigstens ein kleines Strandhaus hinbauen, damit ich nicht immer von, ich weiß nicht, hier oben anfangen muss? Das wäre echt toll. Das wollten wir eigentlich letztes Mal machen, aber wie immer sind hundert Sachen dazwischen gekommen. Oh, das ist schon fertig. Das ist auch gut. Ähm, ich vergesse echt immer, dass Schafe auch Fleisch bringen. Und ich laufe dann so vorbei und bin am Verhungern und sage, ja, ja, aber ich brauche ja kein Schaf, aber sie bringen ja eigentlich auch Fleisch. Das muss in meinen Kopf reingehen. Ähm, dieses komische Ding. Leuchttintenbeutel. Kann ich damit vielleicht was mit Farbe herstellen? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mal schauen. Was kann ich denn damit machen? Ähm, was kann ich denn damit machen? Vielleicht. Vielleicht hier was? Nee, Leuchttintenbeutel. Ah, dankeschön, dankeschön. Ja, hä, aber das wundert mich jetzt, dass, äh, also erst mal, ich will da nicht einfach so drüber gehen. Oh mein Gott, danke. Ähm, zweitens, ich habe gedacht, das wird ja vielleicht jetzt hier so wieder angezeigt, so. Ähm. Ähm. Moment. Moment. Ich habe gedacht, das wird hier wieder angezeigt, wenn das jemand macht. Anscheinend nicht. Hm. Ich muss es vielleicht einstellen, dass, wenn das irgendwie erneuert wird oder so, dass dann wieder nochmal irgendwas kommt. Jetzt. Ja. Aber ich will, ich will, äh, da muss, da muss dann unbedingt was kommen. Das ist ja toll. Du bist die erste Person, die, oh, zwei Monate, oh, ich bin so, oh, mein Gott, danke. Ich will, dass da was Besonderes kommt. Ah, okay, das muss ich selbst teilen. Ah, ja, okay, okay. Gut, dann muss man da immer kurz abwarten, sozusagen, vielleicht. Ich will da was, was Episches, äh, dann haben. Weil ich habe ja jetzt schon für die Subs was Episches, aber ich will eigentlich dann, ich will dann, äh, was in die Schippe rufen, drauf, sozusagen. Ich muss da, ich muss da noch was machen. Ich schreibe es mir ganz kurz auf. Nicht, dass das untergeht. Ähm, was kann ich denn da aufschreiben? Ähm, Alert, äh, SAP. So. Für Resabs kannst du bestimmt auch was einstellen. Ja, ja, bestimmt. Ich schreibe das mal auf, so, Resabs, wie du gesagt hast. Das ist gut. Sehr gut. Ach, wirklich. Danke. Äh, okay. Also, oh, hoch, ha, halt. Halt, stopp. Heute wollte ich eigentlich stimmungsvoll spielen. Äh. Nicht so, aber vielleicht so. Ist schon ganz schön schön. Ich bräuchte jetzt noch mal hier, äh, noch mal irgendwas. Aber nicht so was ganz, ähm, helles, damit man das auch sieht. Wie, wie sieht das eigentlich, wie sieht das eigentlich aus? Das ist ja wirklich Elvis. Love me tender. Love me sweet. Never let me go. Sag ich Elvis. Ich nenne jetzt Elvis' dream. You have made my life complete. And I love you so. Oh, 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 wir haben hier keine Truhe. Irgendwie hat das bei dir was Weihnachtliches, kuscheliges. Ja, das ist ja schön. Ja, ja, ich will, ich will, dass es noch mehr dann in die Richtung geht von quasi, äh, Mine. Äh, aber das jetzt erst mal das. Das ist schön kuschelig, finde ich gut. Finde ich gut. Ich wollte die ganzen Sachen mit nach unten an den Strand nehmen. Oh, hier haben wir ja noch mal Essen. Das ist gut. Das ist perfekt. Love me tender. Aber irgendwie Weihnachten, ich habe heute schon zweimal Weihnachtssongs gesungen. Flackernes Licht wie bei einer Fackel. Äh, ich will, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich will, ich will so dann, wenn es da ist und dann alles so, oh. Jingle bears, jingle bears, jingle bears rock. Ich hasse diese Leiter. Ich weiß nicht, warum ich das gebaut habe, aber anders wären wir hier nicht hochgekommen. Und ich hasse sie wirklich. Ich, ich, diese Leiter ist das Schlimmste, wirklich. Okay, gut. Ist in Ordnung, wir haben noch ein bisschen was. Und die nächste mag ich überhaupt nicht. Warum gibt es hier keine Rutschen? Warum gibt es hier Minecraft keine Rutschen? Geht da etwa der Mond auf? Nee, kann nicht sein. Es ist komplett hell. Halt, jetzt, halt, halt, halt. Was ist das, eine Sonnenfin... äh, Mondfinsternis? Sonnenfinsternis? Wie? Hä, das ist doch der Mond, oder? Halt, Moment. Was? Wie kann das sein? Es ist helllich der Tag. Okay, ich bin verwirrt. Haben wir jetzt gleich Nacht? Hilfe, ich gehe schnell wieder nach oben. Ich will nicht da unten angegriffen werden. Echt nicht. Oh, ich wünschte, ich hätte eine schnellere Verbindung nach unten. Ich wünschte wirklich... Oh, ich muss mir wahrscheinlich dafür hier unten Wasser hinbauen, dass ich einfach, äh, vielleicht unversehrt wo reinspringen kann. Und nicht immer, jedes Mal das hier machen muss. Oh, ja, cool. Ich kann, äh, können wir jetzt das Strandhäuschen bauen? Das finde ich, das mag ich sehr. Außer ich verliere jetzt noch mehr Dinge. Ähm, erst mal ganz kurz einmal in die Haier. So. Halt. Es ist doch Nacht. Es ist fast, es ist wirklich fast Nacht. Für einen Vampir wäre jetzt schon Nacht, glaube ich. Man würde noch kurz vielleicht so rausflucken aus dem Sack. Vor allem jede Person, die gerade eben reingekommen ist, so, hä, was redet sie da? Aber, ja. Boah, dieser Stuhl. Ähm, so. Oh, Kevin allein zu Hause. Jedes Mal, wenn ich das Lied höre. Oh, ein Geschenk. Ja. Ja, wirklich. Hey, aber ganz ehrlich, ähm, es ist doch kein Wunder, dass man langsam in, äh, Weihnachtsstimmung kommt, weil es wird kälter und überall in den Läden gibt es schon diese Lebkuchen. Aber es ist einfach, meiner Meinung nach, ich bin da echt schlimm, es ist noch zu früh dafür, sag ich. Ich bin einer von diesen Leuten, der einfach sagt, ich will das noch nicht. Ich, ich möchte einfach, können wir einfach noch, äh, irgendwie den Herbst genießen? So, und ne Susi irgendwo? Nein. Nein, ne? So, so kommt man ganz einfach die Leiter runter. Es kann, es kann auch easy gehen. Ja, ich habe jetzt Halloween-Deko im Oktober. Genau. Und ab November dann wahrscheinlich Jahresende-Deko. Oh, voll gut. Voll gut. Vor allem, ähm, hast du eigentlich, äh, dein Halloween-Deko ist denn da auch Susis? Bist du, oder bist du ein Susi-freier Haushalt? Jingle-Best, Jingle-Best, Jingle-Best. Die Treppe ist das Ungefährlichste von, von der ganzen Insel hier. Ach so, das ist mein Bett. Ich habe gerade, äh, mich gefragt, ob da ein Schaf ist. Nein, das ist mein Bett. Das möchte ich kurz machen hier unten. Das ist, äh, unsere Mission. Hier unten muss eine stabile, kleine Base sein. Weil so können wir das nicht lassen. Das ist ja schrecklich. Ganz ehrlich? Nein. Ähm, und ich muss nebenher gucken, dass das Wasser, dass ich nicht irgendwas abbaue und dann das Wasser das überschwemmt. Nee, nichts Gruseliges. Okay, das ist gut. Hier laufen zum Laternen an zu kleine, ach, Laternen um zu kleine Kinder rum. Ah, das ist gut. Denn echt viele Leute, äh, dekorieren mit Susis. Und das ist wirklich echt schwierig für mich. Es ist nicht einfach. Äh, wo können wir denn hier was abtragen? Also nur Herbstblätter, Kürbisse, Eichhörnchen, Pilze und so weiter. Ja, das Eichhörnchen. Ja, das ist natürlich schön dann. Und vor allem, ich finde, man, hoch aufpassen, Anna, man kann das ja auch zelebrieren. Und so wie du sagst, und dann kommt noch erst mal Jahresende, bevor jetzt Weihnachten kommt. Weil ich verstehe schon, dass man will, dass man jetzt irgendwie den Kuchen und so hat, aber ich habe mir da eigentlich innerlich eine Regel gesetzt und habe gesagt, nein, jetzt noch nicht. Maximal ein Kürbis mit Hexenhut. Okay, das ist, das ist cool. Das ist cool. Ja, und laufen dann die Kinder bei euch rum? So Halloween-mäßig. Ich weiß gar nicht, wie es hier in der Stadt ist. Nicht ganz so tatsächlich. Also es kommt drauf an, glaube ich, auf die Ortschaft. Aber generell meine ich, hier ist es, hier ist ja generell es eher anonym. Und da wäre es oft, glaube ich, ungewöhnlich, wenn die Kinder einfach so wo klingeln würden, so Süßes oder Saures, so in der Großstadt ist irgendwie. Manchmal ja, manchmal nein. Ist zu klein hier. Genau. Genau. Achso, ist zu klein hier dafür. Laternenumzug ist das größere Event. Oh, okay. Also ganz bei mir zu Hause weiß ich, dass sie das dann langsam angefangen haben. So mit den Kindern. Aber ich glaube, hier wäre es teilweise wirklich die Leute, hier wohnen auch, ja klar, irgendwie ältere Leute, und die würden dann wahrscheinlich so sagen, ja, wieso hat jemand bei uns geklingelt? Es ist doch ein Samstagabend und gerade läuft wetten, dass? So, so wäre das dann irgendwie gefühlt. Wieso klingeln denn die Kinder? Die sollen doch jetzt zu Hause sein. So kann ich mir das vorstellen. Also obwohl Großstadt ist, aber einfach dieses Jahr. In der Großstadt, wo wir vorher gewohnt haben, war Halloween schon ein kleines Event für die Kids. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir nämlich. Komisch. Also ich habe es bisher einfach hier noch nicht erlebt. Aber das liegt vielleicht auch am Stadtteil. Das kann auch damit irgendwie zusammenhängen. Aber interessant. Weil an sich, also ich finde das natürlich schon auch cool. In meiner Kindheit gab es das jetzt zum Beispiel nicht. Das ist ja auch alles erst später gekommen. irgendwie und ich, oh, ups. Ich liebe es, mich zu verkleiden und ich nehme jede Gelegenheit mit. Ähm, wenn man das irgendwie einem anbietet. Ist mir eigentlich egal, ob das jetzt Halloween ist oder sonst was. Ähm, ich mag es einfach, ja, mir so zu überlegen, aha, als was verkleide ich mich und in eine andere Rolle zu schlüpfen und endlich mal irgendwie was Cooles zu sein im Leben. Nein. Äh, ich mag das. Deshalb ist mir fast äh, der Anlass egal. Aber ich verstehe, warum so viele gerade Halloween gut finden. Nicht nur wegen dem Gruseligen. In USA sind das ja gar keine Gruseligenkostüme oder so. Ähm, sondern einfach, weil die Kultur eine andere ist. Ähm, als jetzt zum Beispiel wie beim Fasching. Da ist es nochmal komplett anders. Das ist so, äh, wenn ich so gegenüberstelle, die Leute, die hier so generell zu einem Fasching gehen, sind nicht unbedingt die Leute, die jetzt sich mega auf Halloween freuen. Das sind echt zwei andere Kulturen tatsächlich. Letztes Jahr ist halt ausgefallen. Ja, klar. Das ist klar. Ähm, ich würde dieses Jahr auch eher ungern die Tür aufmachen wollen. Genau so ist es. Das kommt noch dazu. Finde ich auch gut so. Finde ich gut so. Also dieses Jahr nein, wenn es wieder möglich ist. Klar. so, okay, ähm, jetzt habe ich hier eine Fläche gemacht. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass mich da irgendwas dann angreifen wird dafür. Dafür, dass ich hier alles platt gemacht habe. Oh, warum habe ich keine Farke? Und warum gibt es hier keine einzige, ähm, keine einzige Kohle? Wo ist denn hier mein, wo, wo kann ich denn hier hoch? Nicht, dass ich mir das kaputt mache, sozusagen. Und eine steile Klippe ist auch nicht so geil, weil dann kommen die halt irgendwie von hier oben runter. Das ist auch, da muss ich aufpassen. Da oben ist der Dawson's Creek Steg. Ich will eigentlich auch irgendwann mal noch reinspringen. Also wenn, dann von hier. Wenn, dann traue ich mich das von da. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was gesammelt. Ich will nämlich eigentlich die Base. Okay, das ist gut. Das sind genügend Steine. So. Also in den USA ist das ja so. Ich war auch schon, ähm, auf Halloween-Partys. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, Was letztens gelesen? Halloween-Oktober ist Pride-Month für Gott. Voll gut! Voll gut! Ja, so ist es. Ähm, ich war nämlich, es gibt ja wirklich, das ist irgendwie komplett anders, weil bei uns, Halloween bei uns, ist, Oh mein Gott, was mache ich da eigentlich mal ganz kurz? Ich denke immer da hinten. Da, da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich denke immer da hinten. Das sind ganz viel Susi-Augen. Das irritiert mich extrem. Ähm, Okay, wo, wie, was, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ähm, okay, wir machen einfach mal hier eine Base. Und zwar, in Deutschland ist Halloween ja immer mit Grusel verbunden. Und das irritiert einen dann echt, wenn man dann irgendwelche amerikanischen Filme schaut oder Stranger Things oder wie auch immer. und die ziehen sich dann gar nicht für Halloween ja gruselig an, sondern die sind einfach ganz normal verkleidet, wie jetzt wir auch bei Fasching und solchen Sachen. Und eigentlich habe ich gedacht, dass das den meisten bewusst ist. Aber ich war auch schon auf einer Halloween-Party, wo ich dann als Einzige nicht gruselig verkleidet war. Und ich kam mir echt, echt, echt komisch vor. Weil das war nämlich was Größeres. Und es verkauft sich halt hier besser in Deutschland, wenn das dann alles so gruselig gemacht ist. Aber ja, ja, ist eher wie Carnaval Fasching dort. Ja, genau. Ja, so ist es. Ich glaube, sie haben auch nochmal, ähm, nochmal etwas, was wie Fasching ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Mit M, glaube ich, war es. Aber ja, es ist, es ist tatsächlich echt anders. Und dann war ich da. Halt. Schlafen, bitte. Gut. Dann war ich da verkleidet als Wonder Woman und fand es auch voll cool. Hab mein Outfit voll gefeiert, weil es war teilweise, es war eigentlich komplett self-made. Und um mich rum waren nur Skelette und Vampire. Und ich so, äh. Ja, und ich hab mir noch, ich hab mir echt noch lange Gedanken gemacht und hab gedacht, soll ich dieses Kostüm überhaupt anziehen? Verstehen die Leute das, dass man eigentlich an Halloween alles machen darf? Aber es war nicht so. Die Leute haben es nicht so ganz verstanden und ich hab mich merkwürdig gefühlt. ja. Spooky, scary skeletons. Ja, genau. Ist echt so. Und ich dachte so, oh, ich will auch zu euch dazugehören. ja, ich hab ja schon mal erzählt, wie ich so auf Partys bin. Ähm. Aber es gab halt auch solche Erfahrungen. Da hab ich dann, äh, sozusagen, äh, wie kann man sagen, das Beste draus gemacht und halt mich selbst trotzdem gefeiert, sozusagen. Aber ich hab mir danach geschworen, das eigentlich nicht mehr so zu machen, weil es die Leute halt nicht, äh, verstehen ganz. So. Ähm. Ich will das auch nicht zu groß machen, ja. Es soll ja nur eine ganz, ganz kleine Mini-Strandhütte sein. So. Und dann, was war ich denn noch verkleidet? Ich muss grad mal überlegen. Auf der einzigen Party, auf der ich je war, hieß es, das sei eine Kostümparty. Ich war die einzige kostümierte Person. Ah. Ah. Nein. Nein. Das ist wie in den amerikanischen Film. Das ist sehr, sehr schlimm. Ja. Und man macht sich ja auch Gedanken und freut sich, wenn man sich gern verkleidet und geht halt voller Freude zu sowas hin und wow. Wow. Ja. Ja, aber Moment. Aber wenn, wenn eine Person die Party veranstaltet hat, dann war doch wenigstens die verkleidet, oder? Dass man sich nicht so komplett allein gefühlt hat. weil die Leute sagen das ja dann und dann müssen sie eigentlich auch selber verkleidet sein, denke ich mir so. Oh, das wird sehr klein hier. Das wird ja mini. Was habe ich mir dabei gedacht, so was Kleines hier hinzubauen? Aber nun gut. Habe ich auch eine Tür dabei? Vielleicht so eine Tür ins Meer? Oh, oh, ich will eine Tür ins Meer. Ich denke, ich wurde geprankt. Was? Boah, das ist ja, das ist, das ist richtig, richtig mies. Das ist echt mies. Ich hoffe, dass, äh, Karma oder was auch immer diese Leute dann einholt, weil das geht überhaupt nicht. Weil wenn man sich sowieso schon, ich sag mal, eher unwohl fühlt auf Partys und dann ist man noch im Mittelpunkt. Das ist dann so Ciao Leben, glaube ich. So. So. Das ist schön. Ich mag das. Ich hätte eigentlich gern noch, dass das hier Sand ist, wenn ich ehrlich bin. Es muss ja auch passen. Ich habe das jetzt zwar so mühsam hier aufgebaut. Oh, ich mache das mal. ich will, ich will das wechseln. ähm, ich will, ähm, ich habe hier so viele komische Dinge. Ich will das wechseln. ähm, so. Das ist jetzt wieder ein kleines Bauprojekt im Nichts, sag ich mal. das ist ein Bauprojekt im Nichts. So. Ich war schon, aber ich war auch schon auf Partys, wo, wo, ich in der Minderheit war, was Verkleidung angeht und man fühlt sich immer, immer merkwürdig. weil ich war zum Glück nicht allein da. Okay, das ist gut. Eine Freundin war auch da. Habe halt meine Elfenohren wieder abgemacht und das Kampfkostüm war leicht unauffälliger zu gestalten. Einzig, die Lammfellstulpen waren sichtbar, aber okay. Okay, okay, das ist dann praktisch nicht so, okay, äh, so Ninja Turtle mäßig. also okay, gut, aber trotzdem, trotzdem, schwierig, wenn, wenn, wenn man irgendwie nicht mal, ja, wenn man so sagt, ja, ja, kommt verkleidet und dann macht man selber nicht mal. Ja, gerade, ich glaube, das war sogar die Party, was ich erzählt habe, wo ich Wonder Woman war, wo ich nicht verstanden habe, warum es ja offiziell eine Halloween-Party war und die Leute kommen dann mit ihren normalen Sachen. Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Wir sind dann auch so durch die Stadt gelaufen. Okay. Ja. Das, weißt du, wenigstens was irgendwie. Und ganz ehrlich, huch, ach, das kommt hier raus? Ja? Das ist ja cool. Ähm, ja. Wer, wer irgendwie meint, ähm, da halt nicht dann verkleidet zu kommen, ich weiß es nicht, was ich da über die Leute denke. Also, ich verstehe es, ich verstehe es halt, wenn man sagt, ich will irgendwie nicht im Mittelpunkt stehen, aber du setzt halt andere damit extrem in den Mittelpunkt. Wenn du dann irgendwie so, ja, haha, ich komme jetzt in Jeans und Shirt. Das ist so, weißt du so, ich denke mir immer, also, ich stehe ja nicht in anderen Leuten drin, deshalb, ich kann immer nur meine Perspektive sagen und sage dann immer so, ich würde es halt nicht machen oder wenigstens, ach, dann halt, ich weiß es nicht, eine lustige Brille oder so. Aber ja, man steckt nicht in den Leuten drin. Es ist, es ist wirklich so. Für manche ist das vielleicht echt schwer. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Und der Typ, der meine Freundin angebaggert hat, obwohl sie nicht wollte, hat sich die Hose aufgerissen, als sie angeben wollte. Das war lustig. Was? Der hat dann seine Mama angerufen, damit ihm, ach so, er hat sich die Hose aufgerissen. Ach ja, okay, jetzt, als er angeben wollte. Okay, das, das natürlich, ja, das ist natürlich witzig. Dann seine Mama angerufen, damit die ihm eine neue Hose bringt. Stell dir das mal vor, du bist so irgendwie am flexen und dann so passiert dir das und Hallo Mama, bitte bring mir eine neue Hose. Ich wünsche das ja niemand. Aber wenn manche Leute sich so verhalten, ja, wir waren 17, war ich peinlich für ihn. Wenigstens was? Genau, weil ganz ehrlich, wenn er solche Sachen gemacht hat, wenigstens hat da, ich will, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Schicksal, aber wenigstens ist das dann noch passiert, ne? Wenigstens was? Oh nein, das wollte ich nicht zubauen. Aber vielleicht, nein, eigentlich will ich es nicht zubauen. Eigentlich nicht. Ich mag das nicht. Ich mag, dass das schon echt offen ist hier. Vielleicht lasse ich das auch so offen. Boah, das war ja wirklich neu für mich, dass ich das mal da offen lasse. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, das ist halt echt, ich glaube auch, dass es hier bei uns mit dem nicht verkleiden, ich weiß nicht, ob das manchmal echt so ein kulturelles Ding ist, weil viele sind halt so, ah, das ist mir peinlich, also ich meine jetzt, außer die, die wirklich ein Problem damit haben, aber viele sind dann echt so, ah, das ist mir peinlich und dann denke ich mir halt auch, ja, ja, warum so, warum? Warum, warum ist es manchen Leuten peinlich, wenn sie, wenn sie einfach, wie jetzt in dem Fall einfach, äh, Elfenohren aufsetzen oder so, das ist so, für mich ist das merkwürdig. So. Nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich doch nicht machen. Ich wollte das hier machen. das ist jetzt hier unten höher geworden, als ich gedacht habe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon sehr hoch. Es ist mir fast zu hoch. Aber eins, da kann ich mich ja dann kaum drunter bewegen. Ich kann ja jetzt schon fast nichts machen. Moment, ich muss das mal kurz, ich muss mal ganz kurz, kann ich mich nicht hier ins Bett legen und einfach mal nach oben gucken, wie nah die Decke ist? Hm. ist mir fast zu hoch. Wir brauchen wirklich mehr Fackeln hier unten. Wir brauchen doch mehr. Ähm, so. Und die Fenster sind natürlich schon echt auch groß. Da kann eigentlich alles reinkommen, wenn wir mal ehrlich sind. so. Und ansonsten habe ich mich, wie gesagt, ich verkleide mich echt gern. Und ich mag das auch, wenn Leute Motto-Partys oder sowas machen. Also ich meine, klar, jetzt geht es eh nicht, aber wenn das dann wieder möglich ist, dann bin ich so die Erste, die die sagt, ja, sorry, ja, wann, äh, wie, was, wo, als was soll ich mich verkleiden, so. Also ich frage das nicht die Leute, sondern ich frage mich das dann selber. Ähm, haben wir unseren Zugang verbaut? Vielleicht kann das sein. Moment. Hier, hier kommen wir rund. Eins, zwei, drei. Okay, das, das ist gut zu wissen. Hier geht es hoch. Wieso sind hier zwei so komische Fackeln aneinander? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir brauchen eigentlich jetzt mal Holz. Hier sind noch drei Fackeln. Da unten könnte ich eigentlich, okay, ich könnte ganz kurz, bevor ich jetzt wieder nach oben renne, ich könnte schon mal hier so eine Leiter hinmachen. Das soll eigentlich hier unten alles relativ urban bleiben. Sehr naturverbunden. Ähm, mache ich die direkt neben der Tür hin? Ja, wieso nicht? So, okay, das ist gut, das gefällt mir. dann Fackeln. So, du bist mein bester Freund, Licht. Dich mag ich sehr gern haben und eigentlich mag ich dich auch sehr gerne vielleicht hier haben. Einfach so, weil ich Angst habe, dass was von oben kommt. Okay, da wollte ich noch was hinmachen, weil ich habe Angst, dass da was hinkommt und was könnte nicht, ich könnte eigentlich hier auch mal angeln. Hier könnte so meine Angelstelle sein, weil ich will nicht schon wieder, dass ich bald hier die Nahrungsbeschaffung wieder losgeht und ich wieder in Panik komme. also was haben wir denn alles? Oh, wir haben hier schon einige Sachen. Eine Werkbank, ich glaube, die ist gut, die brauchen wir unten. Dann Schild, okay, Tür brauche ich eigentlich, brauche ich doch, ich brauche tatsächlich mal zwei Türen. Ich brauche zwei, weil ich will ich will dann hier und ich will dann, dass es hier einen Durchgang gibt zum Strand sozusagen. So. Gut, okay, dass ich praktisch von jeder Seite kommen kann. Nur eben das hier müssen wir dann noch zumachen. Holz bräuchte ich dafür, aber das habe ich ganz oben. Die Angel will ich heute eigentlich auch mal ausprobieren. Also, Leder, wie sage ich gerade, ich muss mal ganz kurz gucken, ich muss mal ganz kurz gucken. Ach, so sehe ich aus. Wow, schon sehr dunkel, echt dunkel. Ich bräuchte hier irgendwie noch ein Licht oder so. Ich sehe mich ja nicht ja nicht selbst. Moment. Ähm, also, okay, wo geht's jetzt hier hoch? Hier, die Trecke, die Trecke, die Treppe ist gut. Also, ich finde die Beleuchtung gut. Ja, okay, ich würde sagen, es ist eigentlich sehr safe. Eigentlich ist es ja safe. Ich finde, es hat auch was, dass es so unfertig ist, wenn ich ehrlich bin. Es hat schon was. Will ich das überhaupt fertig machen? Oder will ich das einfach so? Ich weiß es gerade noch nicht mal. Hm. Okay, aber ich brauche auf jeden Fall Holz. Da hinten sind diese komischen Steinbäume. Ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich dafür will. Ey, mich an dieses Foto von dem Tor, das mit zig Sicherheitsschlössern versehen ist, aber man kann einfach drum rum gehen. Was meinst du? welches Tor und welches Sicherheitsschlösser? Ja, aber wenn das ja Licht ist, wenn das Licht ist, eigentlich, nee, nee, ich glaube, Monster dürfen nur nicht spawnen, aber sie können einfach durchlaufen. Suche ich dir mal raus. Ja, mach mal. Da fehlt der Zaun. Ich finde es eigentlich, ich finde es schon irgendwie, es hat was, ich weiß auch nicht, warum. Oh, ich bin hier falsch. Hier bin ich richtig. Hier werden sie geholfen. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Manchmal sage ich einfach so Sachen, die sich mir über 30 Jahre lang in mein Werbegehirn gebrannt haben. Klar, die fangen leider nicht an zu brennen, wenn sie durch die Farke laufen. Stimmt eigentlich, wie ich halt auch nicht, tatsächlich. Wie ich auch nicht. Wo ich mich dann frage, warum meine ich nicht? Was sind denn das für komische Farke? Aber ich bin froh drum, weil ich tue mir sowieso schon die ganze Zeit weh an diesem Lagerfeuer. Ich würde so gern so viel Lagerfeuer bauen, aber A, ich habe das Gefühl, nirgendwo hier ist Kohle, außen natürlich, wenn ich jetzt anfangen würde, mich hier wo tiefer einzugraben. Und B, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Farkeln, die nie ausbrennen. Stimmt. Das ist auch was Mysteriöses auf diesem Planeten. Ich mag das hier oben. Es hat schon alles so seine Geschichte und seinen Sinn hier. Ich mag das. Auch wenn das hier echt gefährlich ist. Wirklich gefährlich. Okay, also, was könnten wir denn leuchtenden Beutel? Ich weiß gar nicht, warum ich den habe, aber der gehört eigentlich auch nicht hier rein. Oh, hier hat es Holz. Das ist ja schön. das können wir benutzen. Ich weiß aber nur nicht, ob ich das fertig machen will, wenn ich ehrlich bin. Es hat für mich was, als ob die Hütte schon immer da gewesen wäre und ich als Astronautin nachträglich, also ich wäre erst später gekommen und das ist schon so überwuchert und so. Das ist schon, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich das da unten fertig machen will. aber es war eigentlich, es war schon mein Wunsch innerlich, ich weiß nicht, warum ich es dann nicht mache, weil es war mein Wunsch sicher zu sein. Boah, ich habe viele Leitern, das ist gut. Okay, was habe ich denn noch hier für komische Sachen? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das kommt irgendwo hier hin. Was ist denn das? Zuckerrohr. Ja, ich wollte doch irgendwie mit dem Papier was machen. Oh, mir gefällt gerade was ein. Ich habe den Kartentisch nicht mitgenommen, glaube ich. Oder ist der irgendwo ganz unten? Boah, ich habe jetzt schon, ich habe so viele Orte. Ich habe die Base ganz unten in der Himmelsinsel und jetzt das Strandhaus und ich habe gelesen, mit dem Zucker kann man was backen tatsächlich. Ach, und was mir noch aufgefallen ist, ich habe die ganze Zeit über das Ei hier geflucht und habe immer gesagt, das ist ein Random Item. Jetzt habe ich mir erlaubt, mal was nachzugucken und dann sehe ich, dass man mit dem Ei was backen kann. Was? Für mich war das das Randomste Item im ganzen Spiel einfach. Und dann muss ich es einfach nur backen? Okay, dachte ich dann nur so. Halt bevor ich wieder runter gehe. Ich wollte hier oben irgendwas machen. Hätte ich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Ja, es ist wirklich so. Guck mal, da oben ist ein Schild. Spoiler . weiß 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 gar nicht Ofen. Gibt es auch unterschiedliche Höfen? Halt, wo kann man das gucken? Moment. Oh, was sind das alles? Gelber Farbstoff. Oh, okay. Oh, ich kann nicht mir schon, ach nein, ich kann mir noch keinen. Das ist einfach nur, was man sich so herstellen kann. Jedes Mal bin ich an der Kiste. Hallo Bewitched und die ganze Community. Hallo, wir sind hier wieder bei Alien Varia 53 und ich bin wieder in der Kiste. Also, ich habe mich da drin versteckt. Ich habe mich eigentlich versteckt, bis hier alle kommen. Hallo, ist das schön, euren Namen zu sehen. Hallo, und wie läuft das Alien Varia 53? Ja, nun ja, wir sind halt wieder am Kisten sortieren und ich meine, hallo, das ist so schön. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream bei der wunderschönen, wundervollen Bewitch, die einfach wundervoll ist. Können wir das mal kurz festhalten? Wie geht's dir? Es geht mir wirklich, wirklich, wirklich heute. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier in diesem Stream bin, weil ich oft Leute treffe, die sehr echt nett sind und es ist schön, einfach wieder hier zu sein an diesem Ort. Einfach mal alles vergessen und hier zu sein. Das freut mich. Und wie geht's euch denn? Jetzt sagt mal bitte Oh, schöne Channel Points Einlösung, die habe ich heute neu reingemacht. Reis oder Nudeln? Das ist jetzt die große Frage für den Chat. Reis oder Nudeln? Boah, das ist ja schon mal eine schwere Frage genommen. Und warst du mal wieder in der Höhle? Nee, echt nur von außen so reingespickelt. Safe Call für mich. Ja, Reis oder Nudeln? Reis oder Nudeln? Ja, also für mich ist das eine klare Sache. Oh, danke schön für die Wassererinnerung. Ich habe nichts getrunken, seitdem ich den Stream angemacht habe. Oder ich glaube nur einmal danke. Oh, ja, und ich bin ganz zusammen gefallen. Danke für die Erinnerung. Wir machen mal ganz kurz so, während wir über Reis oder Nudeln sprechen. Halt, Moment mal. Wir machen erstmal das mit Reis und Nudeln, bevor wir was anderes machen. Oh, mein Gott. Bei mir ist das, Entschuldigung, ich bin halb Italiener, meine Antwort ist einfach Nudeln. Meine Antwort wird immer Nudeln sein. Aber wie ist denn eure Antwort zu Reis oder Nudeln? Weil beim Illustrator weiß ich, dass er Reis sagen würde. Wahrscheinlich. Nudeln? Besser ist es. Ja, ist es bei euch auch alles Nudeln? Aber Reis ist es halt auch wundervoll. Ich meine, ja. Ja. Sehr gut. Ich finde es schön, dass wir hier beeinstimmen. Der Illustrator ist heute leider weg, deshalb kann er nicht zu Tee reinkommen und ich kann ihn fragen. Aber ja, ich weiß, er würde wahrscheinlich, obwohl ich weiß, doch nein, er würde Reis sagen. Gute Frage. Die hat mir gefallen, wirklich. So, bevor ich die nächste Channel Points Einlösung mache, Anna, was wolltest du eigentlich ganz kurz machen? Ich finde auch vegetarische Reisgerichte einfach weniger gut als vegetarische Nudelgerichte. Ja, ich weiß es nicht, weil bei mir ist am Ende eigentlich, ich habe mal was Witziges auf TikTok gesehen, am Ende ist bei mir eigentlich alles Lasagne, weißt du? Also, selbst ohne Fleisch, egal ob ich Reis mache oder Nudeln, Illustrator kommt immer und sagt, das schmeckt ja italienisch bei dir. Halt, ich will viele Fragen schicken. Viel Spaß doch Dankeschön, dir auch. Was? Oh mein Gott, Hilfe. Es ist, oh nein, halt, stopp. Ja, ich habe, oh mein Goodness, ich habe einen Cooldown gemacht bei den anderen Sachen und anscheinend habe ich das bei dem vergessen. Fragen. The pressure is on. Oh mein Goodness. Ja, nicht unordentlich, ja, ich habe es, ich weiß nicht, ob ich, wie viel waren das, ob wir das schaffen, aber wir versuchen es, okay? Wir versuchen es, aber jetzt ist genug. Ich wollte doch gerade noch was erzählen. Ja, 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 und dann passiert sowas unter Druck. Ja, das stimmt, danke, dass sie das sagt. So. Ja, lasst dann, ich liebe es, dass hier die Leute mich an mein Gehirn erinnern. Ich liebe das. Lasagne, ja, der Illustrator kommt und sagt, bei dir schmeckt das immer so, hat das immer so einen italienischen Touch und ich denke mir, alles, was ich mache, hat einen italienischen Touch. Alles. Auch wenn ich einfach Reis mache und das vegetarisch ist, ist einfach alles mit Kies und Tomat. Deswegen, äh, alles schmeckt nach Lasagne und italienisch? Nice. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn es so hieß, ja, und was hast du heute Mittag gemacht? Ja, also in der Pfanne habe ich mir das angebraten und und, äh, da war, ja, Käse und halt wie immer war siebenmal. Okay, gut. Ja, also, es ist, es ist eine wichtige Frage. Reis oder Nudeln? Das ist, aber ich kann auch nicht jeden Tag, äh, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich kann jeden Tag Pasta essen. Ich, es stimmt nicht, was ich da sage. Also, bei mir ist immer irgendwas Tomatiges am Start oder Nudeln. Das ist sehr gut. Das, das, bin ich, äh, mit dir. Ich kann immer Nudeln essen. Ja, ja, das ist, es ist, äh, zumindest für die Leute, die es halt essen können, die jetzt irgendwie, ich hasse Leitern, äh, die jetzt da nicht Probleme haben. Es ist wundervoll. Und jeder, der anders behauptet, lügt. Ja. Boah, wo ist eigentlich mein Dawson's Creek Steg? Ich wollte da eigentlich mal rein, ach, der ist da hinten. Ich hasse diese Leitern. Das ist mein Untergang in diesem Spiel. Ich habe bloß eins gebrochenes Bein. Ich habe einen Malus. Ich habe einen Malus. Ähm, dann rufe ich die italienische Nudelmafia an und dann haben die das zu können. Stets zu ihren Diensten. Ähm, so. Ich bin, ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich, ich mal ganz kurz, ähm, Dawson's Creek imitieren und auf diesen Steg gehen. Hab Hunger und werd mir mal was zu essen jagen gehen. Äh, guten Appetit. Guten Appetit. Hazel ist bei der Mafia. Nicht nur Hazel. Da unten ist meine runtergekommene Strandhütte. Ähm, wir sind jetzt gerade auf dem Dawson's Creek Steg, ja. Wir müssen, es, oh, da ist Kohle? Da kommt da jemand von euch hin? Hat jemand von euch irgendwie einen Stock oder so? Buh, da ist so eine Normalung. Einige Leute sind bei der Mafia. Fragt dann. Ja, oder mich. Oder mich. Ähm, also, wir haben hier sieben Fragen, wir haben sieben Mal lernt euch kennen. Ich hab nen Gong dabei, falls der hilft. Ja, bitte einmal. Ding. So. Okay, also, lernt euch kennen. Ich hab auch, letzte Woche hat Bewitched, lernt euch kennen, eingelöst und ich hab was falsch gemacht. Muss ich jetzt mal ganz kurz zugeben. Ich hab was falsch gemacht, weil ich hab dann gar nicht sie gefragt, sondern zwei andere Leute. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen und ich lag schweißgewadet in meinem Bett und hab gedacht, oh nein, hoffentlich nimmt mir das niemand übel oder so. Ach so, übrigens, das ist die Strandhütte. Es ist eine sehr sichere Strandhütte. Oh nein, ja. Also, dann fangen wir mal an mit dem ersten. Lernt euch kennen. Also, die Person, die es gestellt hat, bin kurz weg, essen im Ofen. Ja, dann können wir keine Channel einlösung machen. Okay, wir machen das danach. Ähm, okay, dann, Anna, konzentrier dich jetzt. Was wolltest du hier unten machen? Ich mag das eigentlich. Oh, da überlegt du kurz. Ja, ähm, ich muss jetzt mal hier ganz kurz überlegen. Ich mag diesen Look. Ich möchte bitte, dass Minecraft ganz kurz extra für mich hier so Wasser, Algen, Dinge, dass es da so Algen-Dinger gibt, die hier so runtergehen. Das wäre schön. Kurz weg, alles klar. Ähm, okay, dann können wir jetzt mal überlegen. Was wollte ich hier machen? Ah, eine Truhe. Ich wollte eine Truhe machen. Mein Leben für diese Truhe. Das ist das schönste Geschenk der Welt, diese Truhe. Das ist wundervoll. Okay, wo, wo kann ich die denn hin machen? vielleicht hier? Oh, das habe ich, oh, das ist ja, das ist rebellisch von mir. Das habe ich noch nie so gemacht. Das hier, jetzt, jetzt fühle ich mich wie, äh, eine Rebellin. Okay, das ist schön. Dann würde ich sagen, ich mache da unten einfach mal Sachen rein. Vielleicht auch das und das, und das, so, damit ich hier einigermaßen was habe, tatsächlich. Oh, das mag ich jetzt, dass ich hier eine Truhe habe. Und ich mag auch, dass es hier so, äh, ich will nicht, dass es unsicher ist, aber ja. Oh, wird es hier langsam Nacht? Man sieht es hier nicht richtig. Ich bin wie immer auf der Seite, wo man es nicht sieht. Aber vielleicht will ich doch das zumachen. Ich glaube, ich kriege da Panik. Ich will eigentlich auch nichts, dass mich irgendwie von oben was angreift. Aber, äh, ich mag den Look. Es streiten sich gerade zwei Sachen in mir. Wirklich. Na gut, gute Nacht erst mal. Okay, also, was ich jetzt machen will. Ich wollte eigentlich, ist jetzt eigentlich Tag? Ja. Ich wollte doch einfach mal angeln. Wieder da. Okay, das ist sehr schön. Das ist echt gut. Also, wir haben einfach sieben, sieben Einlesungen. So, während wir hier unten, ich habe mir eigentlich beschlossen, dass ich angeln möchte. aber ich sehe hier wirklich gar nichts und ich weiß auch nicht, wie man angelt. Aber ich probiere es mal. So. Kannst du das angeln jetzt? Ähm, Nein, nein, ich dachte, heute probieren wir es mal zum ersten Mal und so richtig aus, weil jetzt sind wir gerade nicht unter Druck und jetzt können auch Sachen schief gehen, sozusagen. Was ich aber gelesen habe, ich habe gelesen, dass man echt schnell reagieren muss und eigentlich sieht das gar nicht aus, als ob da irgendwelche Fische wären. Habe ich, habe ich einen? Ist da, ist da einer? Nein. Beim Angeln muss man sich aber auch Zeit lassen. Ja, stimmt. Ich bin vielleicht zu ungeduldig oder bin noch nicht genug, habe noch nicht genug Erfahrung tatsächlich. So. So. Ist ja ein Geduldspiel, das Angeln. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich kenne das nur, ich angel normalerweise, oh, da kommt was. Ja, das hat funktioniert. Das hat, oh, ho, ho, Pro Gaming. Ganz einfach Pro Gaming. Angeln ist doch kein Spiel. Es ist einfach. Ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich nur mit Link angeln, weil ich angele echt gerne in Spielen. Ich weiß nicht warum, ich beruhige das sehr. Aber jetzt kann ich euch beide fragen. Was ist denn das hier? Wir haben einen Kugelfisch, aber den darf ich nicht essen. Den darf ich doch nicht essen. Rohe Kabeljau, Kugelfisch, aber den, den darf man nicht essen. Ich gebe den auch nicht einen von euch zum Essen. Das, 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 das geht einfach nicht. Knabber doch mal an. Nein, wir haben hier eine Miss... Ich will das bitte als Haustier haben. Da passiert schon, jetzt hoffe ich. Nein, ich will das als Haustier haben. Ich würde den nehmen. Na, guck doch mal, wir laufen jetzt damit die ganze Zeit durch Spiel, würde ich sagen. Das ist ja süß. Kuki. Das ist Kuki, mein Freund. Kuki. Aber der ist doch tot. Er lebt noch. Kuki. Guckt euch doch mal an, wie schön das ist. Endlich habe ich Gesellschaft hier und was, was mich versteht. Ich habe mein Leben lang auf diesen Kugelfisch gewartet. Mit Leichen läuft er sich am besten durch die Gegend. Er lebt noch. Guckt doch diesen Ausdruck in den Augen. So dieses Je. Also die erste Frage. Wenn du einen anknabbelst, findest du bestimmt was Wertvolles. Ich möchte aber den einfacher als mein Haustier haben. Kann die Erde das nicht verstehen? Ich frage euch jetzt die erste Frage von der Channel Points Einlösung. Und zwar, sage ich eigentlich den Namen richtig? Monster. Ich sage immer Monsterchen zu dir. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mag ich das. Monsterchen. Wenn ich darf. Monsterchen und das ohne Namen. Eine Frage an euch beide. Ja, das passt. Okay. Eine Frage an euch beide. So nennt mich sowieso jeder. Okay, dann ist gut. Lernt euch kennen. Wie kann ich mir eure Frisur vorstellen? Also im echten Leben. Oh, ich habe einfach jetzt ein Haustier dabei. Ich will das nicht weggeben. Wo ist meine Truhe? Oh. Rohrkabeljau. Wie genial ist das denn? Boah, ich hätte das schon viel früher so machen können, dann wäre ich auch nicht verhungert teilweise. Kugelfisch. Den lasse ich drin. Kurz random. So wie ich morgens aufstehe. Also kurz. Guck, jetzt weiß ich schon mal kurz. Was wollte ich nicht machen? Achso, ich wollte nochmal mein Glück rausfordern. Hier ist anscheinend, hier ist, ich glaube, eine gute Stelle. So. Dunkler Lord zeigt einfach nichts. Und einfach nur, ja. Hallo. Was ist denn das? Iiiiih, wer hat denn das von euch da reingeworfen? Könnt ihr denn nicht euren Müll aufräumen? Die Erde geht zugrunde und dieser Planet auch, wenn ihr hier so weitermacht. Schmeißt doch nicht das verortete Fleisch ins Meer. Na ja. Hallo heißt das erst mal. So. Oh oh. Was ist das? Ach, Terra TV. Okay. Breaking News. Wir erhalten soeben erste Anzeichen von Intelligenzzerfall von Anna. Was? Wir sehen sie im Moment, wie sie mit einem toten Fisch spricht. Wir bezweifeln ihre Rückkehr. Projektgemeinschaft wird soeben erneut gestartet. Wir hoffen auf baldigen Zusammenstoß mit der verschollenen Astronautin. Entschuldigung, aber ich konnte das gerade nur noch entsetzt vorlesen. Was? Wieso? Wieso zweifelt die Erde so sehr an mir? Die Rückkehr kann nur durch das Essen eines Kugelfisches garantiert werden. Oh mein Gott. Kennst du Hitman? So ist es nicht mal annähernd. Kennst du John Wick oder den Sänger von Foo Fighters? Die Länge und das komplett schwarz. Ja, du meinst Dave Grohl? I'm a 90's Kid und ich meine das wirklich so. Ich bin in den 80ern geboren. Natürlich kenne ich Dave Grohl. Die Länge und das komplett schwarz. Das ist ja cool. Boah, das läuft hier wie am Schnürchen. Das läuft wie am Schnürchen. Das ist eine coole Frisur. Ich mag die Länge. Ich mag die. So. Wo sind denn hier die Schätze? Kann man hier auch einen Schatz etwa rausfischen? Kann man hier auch einen Schatz? Ich weiß noch nicht, ob du Dave Grohl kennst. Oh, wir haben wieder was. Rohrlachs. Das läuft wie am Schnürchen, weil Angel was und fadene an der Angel ja, wenn du den Kugelfisch isst, ja, nein. Nee, so cool bin ich dann doch nicht. Das meint man immer über sich selber. Man meint das über sich selber immer. Aber dann kommen andere Leute und sagen, ah, ich finde deine Frisur cool, ah, ich finde immer cool, was du hier im Chat schreibst, ah, ich finde das und das cool. So, ne? So muss es eigentlich sein. Da ist nochmal einer. Hier ist die beste Stelle. Ich werde reich. Ich mache hier nichts anderes mehr. Wir nennen den Stream jetzt um. Wir nennen den Stream jetzt um. Ich bin doch nicht so cool wie Dave Grohl. Hm. Du bist vielleicht nicht Dave Grohl, aber du bist Don. Weißt du? Ah, das läuft wie im Schnürchen. Wir machen nichts anderes mehr. Wer, wer will sich bitte in Mien hier eingraben? Wer, wer, wer will sich noch hier in Mien eingraben? Wir angeln nur noch. Der Typ hat es geschafft. Sogar ich finde den Typen fucking cool. Oh. Ich wollte das wirklich nicht sagen. Ähm, cool. Ja. Ja. Der ist einfach nur, er ist einfach nur die Definition von cool. und wie kann man, wie krass einfach als Nein. Weil damit hätte halt einfach niemand gerechnet, äh, nachdem diese Band für das, was sie gemacht hat, so erfolgreich geworden ist, sich davon wirklich neu abzukapseln und zu lösen und nochmal sich neu zu definieren und danach noch einem, an einem anderen Instrument, das ist halt richtig heftig. Der ist einfach 69 geboren. Cooler geht's nicht. Äh, nein, doch, jetzt hat's geklappt. Wir machen hier nichts anderes mehr. Ich mag das echt. Ich fühl mich wie, äh, Robinson Crusoe, nur halt Captain Anna Huye. So fühl ich mich jetzt grad. Ich bin nicht 69 geboren. Muss, äh, ist ja auch in Ordnung. Bis die Wasserleichen aus dem Wasser kommen. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, dass da noch Dritons sind. Ich hab das vergessen. Stimmt, und du hast echt recht. Du hast wirklich recht. Ich, ich will mir einfach nur proviant am Angst machen. Ja, voll. Wirklich. Noch einmal. Also einmal will ich noch. Ach so, und wir wollten ja weitermachen, ne? Wir haben's jetzt grad einfach, äh, darüber, deshalb frage ich noch was. Ähm, Monselchen und Don, was ist euer Kleidungsstil? Wenn ich mich euch so vorstelle, im normalen Leben einfach. Weil dann, dann, dann hab ich immer ein besseres Bild von den Leuten. Da kommt was? Nein, schade. Okay. Ich mag das hier mit dem Angeln. Das ist ja schön. Das war vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Schwarz. Also komplett schwarz. Komplett schwarz angezogen. Kleidungsstil? Ich trage... Was trägst du dann? Äh, Blätter? So, äh, einmal will ich noch angeln. Bitte lasst mich doch Erde. Einfach schwarz. Ja. Okay. Dann, okay, dann, dann weiß ich, dann kann ich mir das schon mal, äh, vorstellen. Dass du nicht jemand bist, der so mit, äh, Hawaii-Hemd durch die Gegend läuft. Hab ich mir eigentlich auch nicht gedacht, aber es ist trotzdem gut, dass man hört. Da kommt wieder was? Nein, zu früh. Ich trage Haut. Nein, aber jetzt ehrlich mal. Jetzt mal ehrlich. Was, was ist so euer Kleidungsstil? so. Weil ich, ich mag das echt, wenn ich, wenn ich mit den Leuten rede, dass ich ungefähr so ein Bild hab, also wenn ich sie jetzt nicht irgendwie schon mal in einem Stream gesehen hab, äh, da weiß ich's, kann ich's mir manchmal auch denken. Also jetzt gerade schau ich an mir runter und sie ein Plank-schwarzes Oversight-Shirt, darunter ein anthrazitfarbene Jogginghose und dann Barfuß. Achso, ich sollte noch dazu sagen, also, äh, was euer Kleidungsstil, was man von außen sehen kann. Aber das ist echt voll die gute Beschreibung, ohne Spaß. Weil nicht, dass jetzt jemand anfängt, was trägst du, also ihr wisst, was ich mein, bitte nicht in die Richtung. Ähm, Pulli, meist schwarz oder grau oder so und immer schwarze Jeans. Also niemals Blue Jeans, richtig? Wie soll ich aus meiner Haut eine Jacke machen? Also schwarz fasst es ganz gut zusammen. Okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Okay, jetzt, was ist denn da hinten? Was ist das? Was bist du? Sind das richtig krasse Fische hier vielleicht? Ich muss ganz kurz mich konzentrieren. Sind das richtig heftige Fische hier? Warum beißt ihr nicht an? Nee, das sind normale. Aber die, da ist irgendwas. Was denn? Was ist denn hier? Was wollt ihr mir denn zeigen? Ist das der Weg zu Atlantis vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, meine Luft. Ich meine, eigentlich habe ich keinen wirklichen Stil. Könnte man dann sagen, eher vielleicht gemütlich? Boah, vielleicht kannst du denen auch hinterher springen und mit der Hand fangen. Oh. Das habe ich, das habe ich noch gar nicht versucht. Tatsächlich. Ich trage einfach was auf dem Tischkorb. Wird es dir hingerichtet? Oder richtest du dir das selber hin? Ist meine Frage. Und sonst habe ich eine schwarze Jogginghose lang. Die Andrazit-Jogginghose, Sporthose lang. Und eine schwarze Sporthose kurz. Das ist voll cool. Ganz ehrlich, es ist echt cool, das so mitzubekommen, was einfach, irgendwie was, ein bisschen aus eurem Privatleben, was ihr halt so erzählen wollt. Okay, also. Was ist denn das hier? Seit wann haben wir eine Wasserflasche? Wer hat denn die von euch da reingemacht? Hallo? Seit wann haben wir das denn? Haben wir das gerade rausgeangelt? Ich habe das nicht mitbekommen. Stay hydrated. Ja. Ist das so ein Zeichen gewesen? Ich habe auch T-Shirts. Na, da fangen wir mal an. Im Moment. Also im Moment trage ich ihn deutlich. Also wirklich deutlich. Man kann damit Flugzeuge fangen, groß weiße Shirt und eine graue Hose. Sprich, ich bin am Gammeln. Okay. Weiß ich, ich bin sehr graue Hose. Okay, okay. Es ist nicht ganz schwarz, wie bei einem anderen. Bei mir ist es... Hallo? Hallo? Ach, übrigens, hallo. Mooneymon. Bei mir ist es eine dunkle Jeans und ein Hemd. Okay, wir haben hier jemand mit Hemd. Achtung, wir haben hier jemand mit Hemd. Mit irgendeinem Floral Pattern. Das ist ja mega cool. Einen Haufen gemischter Halsketten. Was? Die Niceste hat als Anhänger eine Minikamera mit Glitzersternchen Was? Was? Als Anhänger? Eine Minikamera? Ah, so praktisch in Kameraform. Wie schön ist das denn? Oh, wow. Guck mal, so habe ich mir dich gar nicht vorgestellt. So eher bunter wie die anderen. Das ist ja schön. voll gut ich trage gerade einen schwarzen hoodie und eine graue jogginghose also so mit einem so sitz oder das hier das ist es ist echt ein hemd träger nieder okay ich muss auch langsam ich muss auch langsam ohne sie okay ohne sie hemden habe ich aber auch nicht mit sitz ohne sind nächste frage okay wir machen gleich die nächste frage ich will aber einmal noch die die kuh ist immer noch da hinten das ist echt eine falle ich möchte bitte einmal so mit dem kleinen kuh die möchte ich hier hinten kurz schauen was da so ist weil wir brauchen auch so wieder was zu essen und anzüge hui habe ich anzüge ja dann du hast anzüge aber ist es dann eher für besondere anlässe oder einfach so gern ist mein neues wort für reißverschluss das ist cool ich mag das süd süd ich habe fünf die nächste frage ich stelle es ja immer an zwei personen aber es ist gleichzeitig auch für alle hast du erfunden echt das ist ja cool anzüge sind mega bequem ja das ist ja voll unpraktisch wenn der fisch in deiner rechten hand ist dann kannst du gar nicht damit bauen und abbauen kann ich nicht doch kann ich guck doch der hilft mir das ist mein freund also kein wunder dass du das magst das ist ja witzig was mache ich denn für sachen naja du hast gefragt mit sitz ich weiß nicht warum ich das gemacht habe weil ich habe eigentlich habe ich habe ich ja mit zip gemeint aber ich habe sitz gesagt ach du benutzt auch die gleichen prognomen also mit der guck das habe ich ja ich ist es echt nicht so cool dass twitch die pronomen halt nicht anzeigt weil es ist weil mir geht es ja selber so bei leuten ich weiß es teilweise dann nicht aber deshalb gut dass es noch mal sagt und stein mit einem fisch kaputt schlagen mal gucken okay also ihr müsst euch das bitte merken ja ihr müsst euch das bitte merken hier hinten sind wir entlang gelaufen die nächste frage die sonne geht unter ach nö die nächste frage kommt jetzt sie kommt gleich nach dem süd ist das da hinten ein frag was denn was denn das moment oh die sonne geht unter wird dürfen hier nicht sein bitte keine wo halt 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 wo ist denn unsere insel wo ist die insel wo ist die insel halt moment die sonne das ist ja komplexer als quanten für sich na 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 das hat was mit gegenseitigen respekt zu tun tatsächlich das das kriegt man hin das sollte man hinkriegen so ähm okay ähm 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 so was wollte ich jetzt eigentlich fragen ganz kurz was wollte ich kurz fragen hier unten wir sind überhaupt nicht sicher ich wollte euch noch was fragen doch gleich Moment mal ich wollte euch noch was fragen ja ja manchmal wie gesagt ähm wenn ich jetzt die leute nicht ähm so oft sehe oder noch nie nachgefragt habe dann weiß ich es natürlich auch nicht aber ich frage dann eigentlich meistens aber manchmal passiert es auch dass ich es dann tatsächlich von mir aus falsch annehmen deshalb sollte man einfach nicht annehmen sondern einfach fragen ähm wir haben ein neues Haus ich habe anscheinend einiges verpasst ähm ich will mal ganz kurz dieses Haus zeigen das ist das Strandhaus das war irgendwie ich habe es eigentlich angefangen zu bauen aber ich lasse es einfach so weil ich finde es schöner so als ob wir hier wirklich komplett irgendjemand hat das angefangen zu bauen und hatte dann keine Zeit mehr das währenddich zu machen ähm so okay was die nächste Frage ich wollte eigentlich auch nach da hinten ich wollte nach da hinten mit meinem Kuh gehen was war das das war irgend so ein Zaubermensch sehr luftig ja irgendwer das war ein Zaubermensch das war Micky Maus kennt ihr das Micky Maus äh die ganz am Anfang Micky Maus der der Zauberlehrling boah ähm meine Frage ist an Muni und Monzychen hat ja die Frage gestellt also erstmal ihr beide aber die anderen dürfen auch überlegen uns gleich sagen meine Frage meine Frage ist welcher Song gibt euch gerade gute Laune das ist meine Frage das ist Trend das ist Trend man nennt das ja kam auch bei schöner Wohnen und Haus und Garten bei den Zeitschriften du wolltest auch noch zum Schiff oder was das war oh nein ja das passiert hier oft wir entdecken Sachen und ähm wieso werde ich hier angegriffen ich hab einen Kugelfisch wieso sind die komplett hinter mir hä Moment ich kann grad nicht lesen hä hä da hinten ist Endurillo okay das ist in Ordnung aber es sind keine Tiere mehr da weil wir haben einfach komplett dafür gesorgt dass sie alle weg sind ähm ähm ein Song von A Day To Remember sorry ich kann grad nicht alles vorlesen ähm ah guck mal da krieg ich jetzt auch euren Musikgeschmack raus man hört keinen Gainsound glaube ich nicht? echt nicht? ich höre keine Musik nur Baby und Kinder geschreit die Zehn-Stunden-Version hallo Losti-Flecht jedes Mal wenn ich auf diese Insel bin laufe ich Gefahr mich zu verlaufen jedes einzelne Mal wirklich das ist das ist ganz die Insel die ist verflucht das ist das Bermuda Dreieck falls ihr es jemand in eurem Leben gesucht habt hier ist es und das muss ich auch so nennen habe ich kein Schild dabei das ist das Bermuda Dreieck ähm A Day To Remember kenne ich auch ein paar Sachen also ich kann jetzt nicht den Songtitel nennen aber ja machen die noch Musik? sorry dass ich das so frage aber irgendwie bei mir ist es im Moment Sugar Crash von Eli Otto kenne ich gar nicht was ist das für ein Genre Sugar Crash ähm Losti-Flecht kann man eine Aktion hinzufügen? äh nein aktuell nicht aktuell nicht und ich glaube weiß gar nicht ob man das überhaupt kann in Channel Points da musst du das vom Menü raussuchen was das Restaurant dir anbietet sozusagen ähm und was ist denn bei den anderen so was ist denn bei euch denn das Lied was euch gerade gute Laune macht? hier sind schöne Fischis ja das Problem ist echt ähm je weiter ich mich halt davon entferne der Nachhauseweg ist ganz schön lang das ist ein Happy Song über Depressionen macht aber schon gut Laune okay weißt du wenigstens macht's gut Laune oder? um es mal so zu sagen ganz einfach ich sehe einen riesigen Berg ja das ist das ich hab's ja ich würde sagen das ist ein super Beispiel für Hyperpop im Moment so mein liebstes Genre das habe ich noch das habe ich noch nie in meinem Leben gehört Hyperpop was ist das denn? ich höre im Moment wirklich keine Musik die die gute Laune macht okay ja ist auch vollkommen in Ordnung ist vollkommen in Ordnung manchmal braucht man auch einfach keine Musik sondern einfach nur Ruhe oder Anna wie sie mit einem Kugelfisch durch die Gegend läuft äh ja ich ich ein Kompass ja wenn ich wenn ich sorry mäßig dazu komm dann vielleicht aber jetzt habe ich gerade noch keinen tatsächlich und es ist schön wenn ich mich verlaufe also für euch nehmt euch diese Option nicht weg Musik höre ich schon, so ist es nicht Okay, dann frage ich Was für einen Song gibt dir gerade am meisten? Vielleicht so rum gefragt Ja, nichts glücklich machen, ist auch okay Das ist es wirklich, ja, siehst du Guck, ich laufe hier schon die ganze Zeit mit dem Kugelfisch rum weil das Problem ist wenn ich mich zu weit entferne, ich bräuchte da hinten auf der Insel vielleicht auch nochmal ein Bett Ich habe so viele Fische und hier unten ich habe keinen Ofen das ist nicht gut weil ich mag die nicht roh essen Wo ist denn hier mein Weg nach oben? Ach hier Wo sind wir denn? Das wird wohl Flora Cash You're somebody else Oh Das klingt schon bedrückender um es so zu sagen Aber kenne ich nicht Ich mag Walk von Ich weiß nicht, wie man das ausspricht K-Webs oder Krabs heißt der, glaube ich Kenne ich auch nicht Kenne ich auch nicht tatsächlich Schade, dass es in Twitch nicht geht dass man sich das zeigen kann Hyperpop ist eher so ein Zoomer-Ding und es könnte sein dass du meinen Geschmack für fragwürdig hältst Nein Ich sage so jedem einfach das Seine Außer Schlager Vielleicht kannst du die Nadeln vom Kugelnfisch zu einem Kompass umfunktionieren Aber aber ich aber er lebt auch das ist doch mein Freund Das Lied von Dustin kennt man eigentlich schon aber den Titel halt nicht Sing doch mal Ich mag Rockmusik Schlager raus Der lebt nicht mehr Ähm Seht ihr nicht Wir haben das jetzt gerade schon gehabt Seht ihr nicht, wie euphorisch Kugi ist? Er ist doch so Das ist doch äh Euphorisch und glücklich Kugi Ich zeig dir die Welt Schau mal Kugi Eines Tages wird das alles dir gehören Der hat keine Luft mehr Kugi Okay Er lebt noch Eines Tages wird das alles dir gehören Losti Flake Ähm Ich schlafe wenn es dunkel wird Äh Ich glaube das Habe ich das nicht extra reingeschrieben? Habe ich das nicht extra reingeschrieben? Dass das erst bei den anderen Sachen geht? Habe ich das nicht reingeschrieben? Das müssen wir gleich nochmal schauen Eines Tages wird der Erde sein Jetzt Kugi ins Wasser schmeißen Oh Jetzt lass den Arm Sorry, aber das kann Captain Anna tagsüber nicht tun Zumindest nicht in den nächsten fünf Minuten Ja Danke 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 Ich dachte gerade Ich habe an mir gezweifelt Ich habe an mir gezweifelt Aber du darfst dir was anderes aussuchen Du darfst dir was anderes aussuchen Dann kann uns niemand stoppen Und wir werden die größten Astronauten dieses Planeten werden Kugi Du und ich Kugi Kugi Ich will nie wieder getrennt sein von dir Kugi Wenn der Mond aufgeht dann können wir uns schöne Geschichten erzählen Und du kannst mir über dein Leben mehr erzählen Gibt es Atlantis wirklich? Ich weiß es nicht Aber Kugi Kugi Wieso guckst du immer gleich? Ja, das wäre Nachtwache Genau Kugi ist ja fast so nice wie der Pocktopus Was ist denn das? Eigentlich mehr ein Kampf ums Überleben Kugi Kugi Wir gehen jetzt schlafen Oh, ich will einen Kugi haben Oh Die Weltraumhasen, ne? Ob die auch manchmal mit Kugis rumlaufen Das kann wirklich sein Merch Ja Ich will bitte Man sieht das nicht, ne? Wieso habe ich da eigentlich das nicht Ich will bitte auch Weltraumhasen als Merch Terra TV Dimm, dimm, dimm Annas Geisteszustand verschlechtert sich Sie träumt schon von einer Zukunft mit ihrem toten Luftballon Wir denken nicht, dass sie noch lange auf dem Planeten, dass sie noch lange auf dem Planeten überleben wird Ding dong Das ist kein toter Luftballon Das ist doch kein Luftballon Habt ihr noch nie Ihr wisst ja gar nicht, was Freundschaft ist Habt ihr noch nie jemand die ganze Zeit auf der Hand mit dabei halten können, der so wundervoll euphorisch und süß geguckt hat? Das ist deine Meinung Kugi ist einfach nur schüchtern She's so far gone already Kennt ihr nicht Castaway? Das mit dem Volleyball? Wilson? Das ist glaube ich das bei mir hier Wisst ihr, wir sind ja hier in der Strandhütte Und irgendwann bin auch ich an einem Punkt Captain Anna Ho An dem wir einen Freund brauchen There's not much we can do about this one, dog Kugi Okay, hab eine Idee Okay, gut So fühlt sich das an, ja Kugi Ich will nie wieder Kugi hergeben Oh, das Fischen war das Schönste hier Was ich, eins der schönsten Dinge, was ich bisher gemacht habe Aber Kugi ist auch nur ein Basketball Nein Achso, du meinst wegen dem Volleyball, ne? Also Ich habe Hunger Und Kugi esse ich nicht Wir müssen nach oben Wir müssen doch nach oben Warum sagt denn niemand was? Ich bin hier schon viel zu lang Kugi, bitte komm mit Einfach nicht springen Für eine gewisse Zeit Wie du möchtest Auch keinen Block hochklettern Oh Nicht springen Ja, sag ich doch Ja Na gut Also Nicht springen Und auch Wie soll das denn jetzt laufen? Ja Beinkrampf Was? Beinkrampf? Oh nein Nimm Muss man da nicht Achso, man darf auf Tisch keine Ratschläge geben Medizinische Aber wenn ich einen Beinkrampf habe Ich habe immer Magnesium hier Auch wenn Ich weiß nicht, was das Ich höre nicht auf mich Das ist einfach nur Ich bin alt Achso, nicht ich Baust du jetzt eine Höhle Da, wo du bist Äh Nein Aber ich muss Quasi hier verweilen Du, deshalb kannst du ja nicht Ja, stimmt Beinkrampf Ich habe gerade einen Beinkrampf Käpt'n Na Hu hat Beinkrampf Wir können das jetzt nicht machen Wir dürfen nicht springen Aber ich darf schleichen Ich darf nur nicht springen Ich darf schleichen Weil du vorher den gebrochenen Fuß bekommen hast Ja Du kannst ins Wasser gehen Du darfst runter Nur nicht hoch Okay, okay, okay Okay, okay Okay, okay, gut Okay, gut Du darfst nach Blöcke runterlaufen Okay Ich darf nur nach unten Oh, oh Das ist aber auch mies, ne Weil Ihr wisst schon Halt, jetzt bin ich nach oben gegangen Okay, okay Das war falsch Ich darf nur nach unten Ja, dann geht das Das geht wirklich nur ins Wasser Du darfst nicht springen Also Space Oh Ihr macht ja hier die Regeln Okay, dann Ja Kogi Kogi, komm Wir gehen eine Runde schwimmen Ich brauche was zu trinken davor Ja, aber das war Das war nicht mit Absicht der Sprung Das war ein Das war gerade ein Freudensprung Und ich möchte dir das mal zeigen Kogi Und hab Kogi auch noch so dabei Ist das nicht gerade Ich weiß, dass alle Dinge noch weg Das fängt schon an zu modern Das ist ein Bund fürs Leben Das ist ein Bund fürs Leben Du schmeißt doch auch nicht einfach nur Du schmeißt doch auch nicht einfach Deinen besten Freund weg Nur weil er anfängt zu modern Du hast dich als Kogi verkleinert Ja, auch zusätzlich Und auch noch Kogi dabei Und nein Und nein Ich bin nach oben gegangen Stellt euch bitte das mal ganz kurz vor Ihr kennt doch diese Dinosaurier-Kostüme Wo nur der Kopf rauskommt Jetzt stellt euch doch mal vor Ich hab sowas an Jetzt stellt euch doch mal vor Und dann hab ich noch Kogi Tut er auch nicht Das luft ich in der Kühltruhe Und dann modert nichts Aber stellt euch doch mal vor Ne, und den toten Hund kriegt man Was? Dann zieht ihr nicht über die Straße hinter sich her Ihr wisst einfach nicht Dass wir beste Freunde sind Kogi ist luftig was ich Ihr seid echt fies Jetzt bin ich ja Aber jetzt sind auch die 5 Minuten Club rum Jetzt beißt rein und fertig Beißt ihr auch immer eure Freunde an? Halt, Moment Da muss ich kurz pausieren Da muss ich kurz den Chat pausieren Was ist das? EliTV Okay, EliTV Ding, Ding Wir sind erneut über die Basis der Banditin Was? Wir sind erneut? Achso Halt, halt, halt Okay, ich muss nochmal anfangen Das ist ein Helikopter, oder? Wir sind erneut über der Basis der Banditin Sie scheint ihre Basis verlassen zu haben Nach dem Zwischenfall von letztens Wurden unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärkt Wir schalten nun zu Carl Wir hoffen, dass Tom bald aus dem Koma herauskommt Hallo, Maya? Ja? Äh, wir fliegen im Moment etwas um den Berg herum Und haben ein zerstörtes Haus gesehen Es Es wirkt so, ja Äh, wir sehen Anna hier auf einem Feldvorsprung Sie scheint beweglich eingeschränkt zu sein Ein Scharfschütze portioniert sich soeben auf Wir warten soeben auf seine Bereitschaft Achso, wir warten nun eben auf seine Bereitschaft Wir drehen nun ab Sie scheint sich erneut bewegen zu können Was ist lang? Die neue Technologie scheint zu funktionieren Sie bemerkt uns noch nicht Wir schalten zurück zu dir, Maya Die Einheiten platzieren sich soeben um das Haus Wir beten zu Hause, dass sie da heile rauskomme Gott segne die geheiligten Kriege und unser Land Was ist das denn? Bitte Entschuldigung Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Das Ding verbessert schon ganz Alien War hier 5.3 Das stinkt alles Ja, also ich kann nicht mehr Was, was habe ich? Hausi Was habe ich vorgelesen? Wir beten zu Hausi Wir beten zu Was für Hausi? Meint ihr damit vielleicht Hasi? Meint ihr hier die Weltraumhasen? Weil die werden hier angebetet Ach so Ach das Ach so Wow, was war denn das für eine coole Nachricht Ich bin immer wieder begeistert Was die Leute sich hier einfallen lassen Das ist unser Gott Ach so Das ist ja witzig Hausitum Das ist ja witzig Weil die hier Auf Alienware 5.3 Sind das nämlich quasi die Weltraumhasen Und deswegen auch die Weltraumantenne Hasi Warum sollten die Bewohner von Alienware 3 von den Hasi wissen? Ähm Ich weiß es ja Wisst ihr, ich bin ja auch nur hier an manchen Flecken vorm Planeten Der Planeten ist groß Der Planet ist groß I'll make it real someday Trust me Yeah Okay, also Wow Wie einfach Ich weiß nicht, was ihr habt Gegen Ich weiß nicht, was der Planet hat Weil Ich hab doch einfach nur meinen besten Freund hier dabei Und ich weiß nicht, was daran so schlimm ist Also Wir wollten Wir wollten Hier hoch Aber wo geht's denn hier hoch? Wo ist denn meine Treppe? Es war eine schöne Treppe Hier ist sie Oh, endlich Komme ich denn jetzt mal hier Komme ich denn jetzt mal wieder nach oben? Ah, Kugi Kugi, hör nicht auf sie Sie wollen nicht Dass wir zusammen sind Kugi Aber Du und ich Wir wissen es besser Ich hab auch schon lang Keinen Angriff mehr erlebt Kann das sein, dass mich vielleicht Der Gestank Dass vielleicht Deswegen alle so wegbleiben Kann das vielleicht sein? Wenn der Illustrator da wäre Dann Würde ich mir jetzt erzählen Dass ich heute mit einem Kugelfisch Durch den Stream gelaufen bin Ich glaube Eine Religion anmelden Ist nicht so schwer Ja 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 Ähm So Okay Endlich sind wir mal wieder oben Ähm Die Kriterien sind lasch Ja Das glaube ich dir sogar Ähm Okay Wir sind jetzt Kugi Ich wollte mir ganz kurz mal Auch mein Haus hier zeigen Kugi Wir müssen die Fische braten Kugi Ich weiß Jetzt kommt was Schlimmes Und ich weiß Dass es deine Freunde sind Aber es bleibt uns Keine andere Wahl Okay Ich hoffe du hast Verständnis dafür Wo Wo Halt Wir brauchen Holz Kugi Du sollst doch nicht immer Das Holz verstecken Wo Wo ist denn hier Holz? Wir nehmen nicht Das tolle Birkenholz Nicht das schöne Birkenholz Ist das das einzige Ich denke was wir noch haben Ich will auch nicht das nehmen Ähm Man braucht nicht mal 500 Unterschriften Oder sowas Ach krass Das geht dir einfach Ja Es gibt wirklich keinen Game Sound Ach nicht? Okay Dann schauen wir mal ganz kurz Ähm Moment Wir machen mal ganz kurz Ich schau mal nebenher Okay Dann machen wir mal ganz kurz So nochmal Ähm Komisch Das ist ja Das ist ja blöd Äh Vielleicht Du zwingst OBS hat heute tatsächlich Auch ein bisschen Bei mir Äh War sehr merkwürdig Anders als sonst Kann sein Dass es daran liegt Tatsächlich Ansonsten muss ich das noch mal Checken Vielleicht So Hast du ja vielleicht den OBS Stumm Ähm Äh Eigentlich Nicht Eigentlich nicht Aber ich schau es mir an Ich schau es mir tatsächlich an Seltsam Ja Wirklich seltsam Hm Ähm Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Das ist mein bester Freund Ja Das Wundert mich jetzt Weil wenn ich zum Beispiel Wir müssen ganz kurz Ganz ganz kurz Wir müssen ganz kurz Was ist das? Achso Ich spiel mal kurz was ab Ja Und ihr hört Ihr hört mal kurz Ob ihr das hört Das müsste man eigentlich hören können Ich bin echt hier wie in einer Höhle Man hört Okay Man hört Dankeschön Also das heißt Das hört man Das ist schon mal wichtig Es ist laggy Aber man hört es Okay okay Ja Gut Hm Dann stimmt irgendwas nicht Mit der Verbindung zum Spiel Man hört nicht mehr Ja ich habe es gerade eben ausgemacht Danke fürs Bescheid geben Das ist echt gut Vielleicht im Mixer stumm Nee Nee Aber ich schreibe es mir trotzdem auf Moment Oh halt nicht Halt Haltet doch mal kurz das Mikro fest Das Mikro ja Das Mikro wird heute noch wegfallen Es wird Jetzt fällt alles zusammen Es bricht alles zusammen Habt ihr das nicht mitbekommen Wie jetzt alles zusammen bricht Halt Sound Sound Minecraft Alles Ich halte Dankeschön Alles bricht hier auseinander Guck Der Ballon hilft dir nicht mal Es 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 hat einen Namen Es hat doch einen Namen Und Und Ganz ehrlich Kuki hat auch kleine Hände Alles fällt auseinander Der Tag der Abrechnung Wer das erkennt Er ist tot Und du weißt das Wir wollten jetzt mal Holz da reintun Ich spüre das Beben Warum hat denn keiner Holz gehackt von euch Ich will nicht Birkenholz verschwenden Müssen wir wirklich Birkenholz dafür verschwenden Haben wir alles mitgenommen Oh nein 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 Das gute Birkenholz Das machen wir nicht Das machen wir nicht Da verhungere ich vorher Tut mir leid Dass ich das sagen muss Es muss nur Was Als Gottfad anerkannt werden Oh mein Gott Ich habe Holz gehackt Dankeschön Aber wo ist es Auch Kuki kann ein Gott sein Der Gott der Kuki Ich Ich bin mir da unsicher Ich bin mir unsicher Wirklich Ich habe damit zwar den Heli Für das Land gebaut Aber ich habe Holz Wir verhungern gleich Wir verhungern gleich Aber ich möchte nicht Mein Birkenholz benutzen Es tut mir leid Diese Leiter ist das Schlimmste der Welt Achtung Oh es hat funktioniert Einmal hat es funktioniert Ich fühle mich gerade Wie in einem Point Und Click Ich habe gerade so viele Aufgaben Hier die ich zu erledigen Habe in meinem Kopf Ich weiß gar nicht mehr Was wir alles machen müssen Ey Als Gott der Kugel Bist du krasser Als der Gott der Kirschturm Ja Halt jetzt auch noch du Jetzt doch nicht du Wie viele sind denn hier Es ist eine komplette Party Wir müssen hier schnell Die können mich hier runter Wir sind gleich tot Wir sind wirklich da Wir sind wirklich da Gleich 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 Das ist Susi Nein Ihhh Tut mir leid Das ist jetzt blöd Dass ihr den Game Sound Nicht hört Aber Warum habe ich da nichts drin Ich muss einen rohen Fisch essen Wir müssen den roh essen Wir müssen den jetzt essen Was macht denn die Susi da Es ist Tag Das sind die Scharfschützen Esse jetzt den Ballon Nein Ist Kugi zur Not Nein Wir werden Kugi nicht essen Kugi Werden wir nicht essen Ganz sicherlich nicht Weil Warum nicht Kugi ist unser erster Freund Auf dem ganzen Planeten Das ist unser erster Freund I da hinten ist die Susi Die soll nur wegbleiben Ich wollte doch einfach nur Holz holen Warum haben wir so wenig Holz Ich muss mehr Holz hacken Ich habe so viele Micromanagement Aufgaben Ich habe das Gefühl Das ist Wie heißt es Sim City Kugi ist der Gott der Kugeln Der ist heilig Ja Der ist tot Der war dein Freund Den kann man nicht essen Ach komm Sind wir dir nicht etwa gut Als du ihn gewalttätig mit einem Haken in seinem Mund aus dem Wasser gerissen hast Und er Der Chat ist heute wirklich echt schlimm Warum könnt ihr euch nicht mal freuen Dass ich endlich mal den ersten Freund hier gefunden habe Auf den ganzen Planeten Wie viele Tage bin ich schon hier allein Lasst mir doch meine Freude Nein Nein Susi Das ist eine Susi Ich habe sie gehört Ich muss euch jetzt auch Let's Audio Kommentier geben Damit ihr den Gamesound auch hört Die Realität tut weh Aber ist ehrlich Du bist gesegnet worden Kugi Manchmal muss man eben loslassen Untertitel Ach man Ich würde ja jetzt sagen Ich bin einfach so froh Dass es euch gibt Aber das wäre echt klischeehaft Deshalb sage ich es lieber nicht Ich mache es einfach nicht Ähm Okay Was wollte ich eigentlich hier oben Untertitel gibt es Kannst du anmachen Echt Oh Wirklich Ich schreibe es mir kurz auf Spring Nein Wir springen jetzt nicht Wir haben echt wenig Herzen Das macht mir Sorgen Kann ich denn noch mehr essen? Das ist unser ganzer Fang Wir müssen den jetzt alle essen Das ist nicht gut Nur weil wir kein Birkenholz benutzen wollen Für den Ofen Das ist ein einziges Hin und Her hier Wie lange hat die Challenge Cooldown? Ähm Du meinst Du meinst Lernt euch kennen Och da wollten wir ja noch weiter machen Die stehen dann unten rechts in dem Ballongesicht Was? Aber dann wäre Kugi wieder frei Und könnte in Frieden über die Kugeln wachen Das und das weiß ich gar nicht Tatsächlich Das weiß ich noch gar nicht Solche Sachen Deshalb lass mich doch einfach vorhungern Das ist wirklich mein Ernst Essen, Essen, Essen Boah Jetzt bin ich gerade verwirrt Also Wir müssen jetzt Ich habe jetzt wirklich echt lang genug mit Kugi Das Problem ist Wir müssen Wirklich Habe ich einen Ofen unten? Nein Ich habe keinen Ofen und ich habe kein Holz Beides nicht Ich habe beides nicht Wir müssen jetzt mal wieder in die andere Richtung gehen Das Strandhaus ist zwar toll Und ich will da auch weiter gehen Und ich will auch weiter Sachen erkunden Da unten Aber wir brauchen echt Holz Oder habe ich das nicht unten hingelegt? Vielleicht wirst du erleuchtet Wenn du Kugi isst Geht ihr so mit euren Freunden um? Ja? Nun gut Wenn das so ist Ah, wir wollten weitermachen Wir wollten weitermachen mit den Channel Points Okay Lernt euch kennen Dann Lernt euch kennen Könnt ihr Könnt ihr Oh, das ist eine gute Frage Lernt euch kennen Könnt ihr Könnt ihr unter Wasser die Augen aufmachen? Monsterchen und Dutai Und die anderen können auch schon mal überlegen Und natürlich auch schon schreiben Ja Ja Ja, klar kann man das Hä, wieso könnt ihr das alle? Nein Same Okay Okay Und wie Das ist eine Frage Wie macht denn ihr das? Habt ihr einfach von Kind auf irgendwann beschlossen Ich reiße jetzt meine Augen auf? Wie will man sonst tauchen? So Oder mit Taucherbrille Ich muss auch immer die Nase zuhalten Oh, ja Das glaube ich Das ist natürlich dann noch schwieriger Das ist noch schwieriger Dann So Weil ich Ich frage mich halt Aber ich hatte es irgendwie immer schon mit den Augen Ich kann manche Sachen einfach nicht Ich habe Taucherbrillen voll gehasst Ja Hast du dann unter Wasser quasi auch die Augen aufgemacht? Die waren nur eng und haben gedrückt Ja, das stimmt Ich habe einfach Augen auf und los Was? Ihr seid ja weh ich Ihr seid mir ja weh ich Also damals habe ich meine Nase mit meiner Oberlippe zugehalten Was? Meine Nase mit meiner Oberlippe zugehalten? Hä, so Hä, wieso das? Hm? Da kommt doch sonst Wasser rein Puh, der Frage fällt mir gerade auf, dass ich ewig nicht mehr schwimme Ich auch nicht Klar Gerade geht sowieso nichts Aber ja Das kann ich immer noch Krass Was Was seid ihr denn für Menschen? Was könnt ihr denn für Sachen, die ich sonst nur aus dem Ariel-Buch kenne? Oh, das sieht ja cool aus Was kennt ihr alles für schöne Sachen? Ich muss angeln Ich muss angeln Aber nicht gucken Ich mag das nicht Ja Ich Ich kann es einfach nicht Das war eigentlich normal Oder nicht? Nee, eben nicht Ihr könnt echt was, was ich nicht kann Wer hätte es gedacht? Ich will kein verrottetes Fleisch Aber ich plansche eh meist nur im Schwimmbad Ja, das kenne ich auch Augen auf ist Aui im Wasser Ja, Aui Es ist Aui Ich bewundere alle, die unter Wasser ihre Augen aufmachen können Ich hatte auch einen Schwimmkuss als Kind Aber habe einfach Mit meinen Augen irgendwie Das ist bei mir echt mega empfindlich Also ich kann auch nichts über Augen Äh Ja Ich will auch keine Dokumentation über eine Augen-OP oder so Sehen Und alles andere würde mir nichts ausmachen Aber Taucherbrille ist epic Ja Könnt ihr euch ins Auge fassen? Von was redest du? Bitte Kinder, mach das doch nicht nach Wir müssen angeln Wir verhungern schon wieder Es ist ein ewiger Kreislauf Hier auf diesem Planeten An manchen Tagen ist das ein ewiger Kreislauf Epic Fail Nein Taucherbrillen sind wir immer Was? Sind wir entweder ohne oder gar nicht Ja? Oh, ja, wir haben wieder was Ähm Ich habe erst Es ist noch nicht so lange her Da habe ich erst das Also Okay, ein paar Jahre Aber da habe ich erst angefangen Das Schnorcheln zu lernen Früher habe ich immer mit so einer Nur so einer kleinen Taucherbrille getaucht Und Man muss da echt richtig krass Die Luft anhalten Ich weiß nicht, wie ich das als Kind gemacht habe Als wir am Meer waren Aber ja Und Ähm Jetzt kann ich schnorcheln auch Auch vielleicht nicht ewig lang So jetzt sowieso nicht Meine Kondition ist bei null Aber das macht schon einiges einfacher Taucherbrillen sind doch mega nervig Es ist halt nervig, wenn du vielleicht auch Wir haben zwei Cookies Moment Es kann nicht zwei Cookies geben Es kann nicht zwei Cookies geben Es kann nicht zwei geben Jeder guckt jetzt mal ganz kurz weg Halt Halt Ich kann die nur stacken Was? Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich jetzt einen in den Ofen Du musst ihn roh essen Nein Wir sind doch keine Barbaren Aber Ich kann nicht Was ist das da hinten? Okay Das sind die Lama Twins Long live the King Der ist der falsche Cookie Der muss gegessen werden Hoferan Wie alle durchfrieren Oh mein Gott Es ist wirklich Es ist ein falscher Cookie Nieder mit dem Faker Verschling ihn Macht ihn ein Ich kann nicht mehr Oh ich habe gerade Gequietscht Wie ein Kugelfisch Der man drückt Oh mein Gott Da kommt auch schon Da kommt auch schon Die Leute Die sich beschweren Oh oh Okay Jetzt Ich bin wirklich unter Druck Wenn der angekommen ist Muss ein Cookie Verspeist sein Richtig? Oh 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 Es darf nur ein Cookie geben Da kommt schon die Behörde Da kommen die schon Und fragen Was hier los ist Mehr wie ein Cookiesch Wo man drauf Oh nein Die kommen Die kommen Und wollen mich holen Nein Ich Ich Die Cookie Mafia Die nächste Mafia Auf dem Planeten Das ist die Götterpolizei Trau dich Schnell Okay 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 Achtung Euer Ernst Chat Was passiert mit mir Oh ich hab Ich hab unterschiedliche Sachen Ich bin gleich down Ich bin gleich down Er ist tot Ich auch Ich bin gleich down Ich hab nichts mehr zum Essen Schnell 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 Warum hab ich das gemacht Warum hab ich auf euch gehört Wir sind gleich down Lang lebe der einzig Wahre Der falsche Cookie ist tot Wir haben nichts mehr Cookie Cookie wir gehen zusammen Cookie wir gehen zusammen Entweder zusammen oder gar nicht Cookie du und ich Für Cookie Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Der falsche Cookie ist weg Lang lebe der neue Cookie Und der hat die wir Ding ding Captain Anna steht dem Tod nahe Nachdem sie eine fremde Lebensform verspeist hat Cookie Chat ihr seid ja wirklich Warum Warum hab ich einen Kugelfisch gegessen Natürlich wird das passieren Haben wir hier noch irgendwas Wir haben nichts mehr Der Cookie ist tot Lang lebe der Cookie Der Cookie Das ist die Ganz ehrlich Das wird halt auch in die Streamgeschichte eingehen Zum Glück haben wir hier noch was Boah Das wird auch in die Streamgeschichte eingehen Ohne Spaß Ich kann einfach nicht mehr Wir haben den Falschen gegessen Oder wir wissen es nicht Bist du unser Freund Oder bist du Oder bist du einfach der Falsche Wir wissen es wirklich nicht Das ist ein merkwürdiges Gefühl Jetzt mit Mit was rumzulaufen Wo wir nicht wissen Ob das unser Freund Oder unser Feind ist Was macht ihr da Was ihr Lebenszustand Ist weiterhin kritisch Wir senden erneut Unterstützung Boah So zwei Drei Steige als Absager Nach dem delikaten Cookie Naja egal Hauptsache es gibt Nein Aber nein Ich habe mit dem einen Eine Bindung gehabt Und mit dem anderen nicht Wenn du ihn isst Weißt du dass der Auf jeden Fall tot ist Frag ihn etwas Was nur der echte Cookie Wissen würde Okay Frag ihn doch mal bitte Was ganz kurz Was könnte denn nur der echte Cookie wissen Ich kann gerade nicht mehr Wir sind wirklich seit Wie lange hier unten Und es ist einfach die Time Time of my life Gerade eben wirklich Was wird dieses Land Einst sein Was für ein fliegenden Meer Ach so ja Hier springen jetzt alle Hier ist jetzt wirklich Der Planet ist außer Rand und Bann Was wird dieses Land Einst sein Cookie Cookie antworte doch mal Ich weiß es nicht Frag den Herrscher nicht So etwas Da lag was Da lag was Es sind das der Faker Was Was Halt 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 Was ist jetzt passiert 37 Nachrichten Hat jemand Zu oft glaube ich Cookie gerade eben Reingeschrieben Ich weiß es nicht Und der Nightbird ist Manchmal auch noch zu Da lag was Ja Cookie Der Cookiestream geht in die Geschichte ein Wirklich Du wurdest gerade vom Nightbird Erwischt Ja ich glaube Manchmal Ich habe auch Sachen auf der Liste Und wenn man dann zum Beispiel So etwas schreibt wie Einmal war es Es hat jemand geschrieben Einfach nur Fackeln Und ja Das war dann zu streng eingestellt Ich hoffe Ich hoffe Dass es nicht so was war So Cookie Ich habe immer noch ein komisches Gefühl Hacken Ja es ist so Aber jetzt geht es Jetzt geht es Okay also Was wollten wir eigentlich noch machen Ich wollte doch eigentlich noch so viel erledigen Was haben wir denn wir heute gemacht In diesem Stream Es ist Und ich gehe jetzt Ich gehe jetzt ins Bett Und weiß nicht Ob das der echte Cookie ist Naja war nicht so korrekt Was ich gesagt habe Ich meine es ist nicht falsch Okay Cool Dann Gut Wie jetzt hier das ausprobiert wird Ihr wollt halt schon auch Ihr wollt das auch provozieren Ne Dass ihr in Timeout kommt Ihr wollt das provozieren Natürlich Ja Ich habe es mir gedacht Ja also Und mit diesen Worten Cookie und ich Ähm Ich muss ganz kurz mal gucken Braucht da jemand unsere Hilfe? Was ist denn das hier? Eine Breze? Wir haben eine Breze bekommen Alles alleine Es ist für mich Das ist eine Breze Mit diesem existenziellen Cookie Horror Musst du jetzt leben Ja Aber bitte jetzt nicht Dinge von denen ihr Die wirklich Gegen die Regeln gehen Von denen ihr denkt Die sind auf der Liste Bitte das nicht Äh Rausfordern jetzt So Also Es ist ein sehr schöner Platz hier Und der ist echt safe Wo sind die? Ich möchte das ganz kurz Ich möchte das noch wissen Ich kann so nicht schlafen gehen Wo seid ihr? Wo? Moment Cookie komm bitte kurz mit Bitte Du weißt ja Im Wasser kannst du dich besser bewegen Als ich Ne Aber ich muss aufpassen Weil hier sind auch Tritons Okay Na gut Wo ist wer? Achso Oh nein Der Game Sound Ah Der Game Sound Ich guck danach Irgendwas ist hier Weil eigentlich müsstest ihr das jetzt hören Äh Dass die Lama Twins hier noch sind So Okay Aber ich würde sagen Ich würde sagen So Die alte Oma Wie immer Muss erstmal Schön speichern Speichern Ah Dieses Gefühl Ah Oh Gott Ich Ich Muss immer speichern Egal was ich mach Auch im echten Leben Ich möchte eine Speichertaste Für mein echtes Leben haben Dass ich einfach wieder Manche Sachen ausprobieren kann Dann zurückkommen kann Und denken kann Na War vielleicht nicht so gut Die alte Oma Also ich muss jetzt Richtung Bett Dann wünsche ich dir jetzt schon mal eine gute Nacht Danke fürs dabei sein Morgen bin ich früher da Wisst ihr nämlich warum? Ich sag's jetzt schon Weil der Illustrator kommt Und wir müssen Abends putzen Weil Große Dinge stehen mir vor Wir müssen die Wohnung putzen Ich auch Gute Nacht Gute Nacht Danke fürs dabei sein Dankeschön Morgen bin ich Was war die Uhrzeit? Ich glaube 15 oder 16 Uhr schon Also morgen ist es früher Nicht wie heute Abend Wie viel früher ist früher? Ja tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich noch früher Tatsächlich Tatsächlich Ich muss noch mal Ich bin echt die Beste Oder? 15 oder 16 Uhr Also auf jeden Fall mittags Aber ich muss Früher Ins Bett gehen Um solch frühe Stunde Ja es ist Ja aber Gute Nacht Anastronauten Das ist ja ein cooler Name Anastronauten Anastronauten Das ist ja cool 15 Uhr könnte ich supporten Steht das irgendwo? Ja ich schreibe das eigentlich Immer in Bei Discord zum Beispiel gibt es diese Neuigkeiten Und auf Twitter schreibe ich es Gerade Ja Okay dann 15 Eins von beiden Ich muss gucken wie ich es schaffe Oh Danke wirklich fürs dabei sein Das war wirklich der Kugiestream Das war der Kugiestream Wundervoll Wirklich So ich mache hier mal das ganz kurz aus Ich habe ja immer Angst Aber wir haben gespeichert Anna du brauchst keine Angst haben Das waren die besten 4 Euro meines Lebens Ah Da schlägt mein Kugi Herz zweifach Einmal für den König Und einmal für den Fake Kugi Ja auf Discord steht 19 Uhr 30 Ja das ist falsch Das ist aber heute erst entschieden worden Deshalb ende ich es da Und ich würde mal sagen Wo sind wir denn Also ich sage schon mal hier Jetzt kommt gleich das Ende Es gibt hier sogar ein Lied fürs Ende Hier okay Ganz kurz So Okay also Dankeschön an alle Es war sehr sehr schön Profi Streamerin Danke an alle Was für ein lustiger Stream Mir geht es jetzt auch Einfach gut Und ich hoffe Euch auch Macht's gut Du hast deinen Instagram gefunden Ja Macht's gut Eine gute Nacht Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss